Lock them! Lock them! Lock them! Lock them! Hi Leute! Willkommen zu einem kleinen neuen Format auf meinem neues Channel hier und zwar heißt dieses ganze Video schon am Thumblay natürlich was auch immer Ihr könnt Top 3 Lightrooms of the Week Yay! Super Äh ja in diesem Format stelle ich eigentlich sogar vier Lightrooms vor lololololoy Und zwar halt die besten 3 Lightroomsn 2x nach der Woche und ... noch eine oder andere vansion ihr wisst schon Jonas Jaaa Ich habe mir hier ein paar Lightrooms rausgesuchen Wir an Platz 3 Und zwar ... ne das ist mit Herrn und zwar haben wir hier bei Platz 3 I am Nishis 2-Face-16, HDI-Lateral So, hier sehen wir uns das mal, brennen wir mal vor Ihr seht schon, das sieht eigentlich gar nicht bad aus Aber ich finde, ich hab noch mal ein bisschen gewusst Den lende ich dann hier mal direkt rein Ja, ich finde das eigentlich nicht so schlecht Hier sieht auch die Küche aus, wenn ich nicht probiert Wir haben die verschiedenen Camps Sehr praktisch, weil ich direkt das, was wir mal im Weg hin zeigen Und ich war auch die Okay Ich würde halt auch ganz gerne an die Küche zeigen Obwohl die alle gleich sind Wo ich hier noch habe Gleicher, du glaubst So, wir müssen uns mal nach der Perspektive hier Ja, dann aus der Perspektive So über zwei PC hört, da ist ein bisschen laut. Bisschen. Ja, ähm. Ich finde den Lightroom eigentlich an sich ganz cool. Ich muss vorab sagen, dass jeder einen anderen Geschmack hat und ich mache es halt auch noch menschlich. Deswegen kann ich die auch jetzt nur menschlich und was nehmen. Also ich finde sie müssen halt gute menschlich sein. Weil ich, wie gesagt, ich kann auch nur danach bewerten. Ich kann halt schlicht ein Epic Lightroom bewerten. Also für Epic Intros, wenn ich das nicht mal kann. Ja, und ja, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Lightroom. Also Platz Zwei. Und auf Platz Zwei haben wir Pata FX. Pata FX Lightroom V7. Ja, ihr seht schon, hier ist direkt das Intro. Ich bende auch immer die Intros dazu ein. Ähm. Damit ihr es wisst. Das kommt jetzt übrigens jede Woche Dienstag. Aber damit ihr es wisst. Ja, ich... Wie gesagt, das ist mein Geschmack. Und wie gesagt, ich mache auch noch meine Infos. Und ja. Äh, ich finde den Lightroom eigentlich an sich ganz cool. Hier nochmal ein Preview. Oder hier. Oder hier. Ja, gucken wir uns das Ganze mal von verschiedenen Kameraperspektiven an. Ähm. So, das Pfoff noch hoch. So. Er deckt irgendwie ein bisschen wie in den Text gerade. Aber pff. Wir wollen es nicht. Ihr seht schon. So sieht es in der Hustandaperspektive aus. So, gucken wir uns das jetzt mal einfach mal. Ich weiß, was kann man rausbekommen. So ist es auch mal eine andere Perspektive. Wie gesagt, Selected ein bisschen wegen Aufnahme und den Text kannst du zusammen. Ja. Okay. Das ist jetzt ein bisschen off of right. Aber ich finde den eigentlich ganz cool in Lightroom. Kommen wir uns einfach das mal von hier an. Okay. Mann, ich finde den Lightroom halt an sich ganz cool. Ähm. Gehen wir mal wieder an die Kälte. Ich zeig euch noch die anderen Töten. Wir haben jetzt hier. Ich möchte das hier ein bisschen größer. Ähm. Hier haben wir jetzt. Das Orange 3. Und Iron 7. Gucken wir uns mal hier an. Hier haben wir Iron 1. Orange 1. Ok. Ops. So. Ähm. Ja. Doch, finde ich jetzt cool Wir lernen hier dann Iron 2 und Orange 2 Joa, äh, Iron 3 Ich will nicht, Iron 3 kann man ja schon Iron 4 Aber jetzt einfach mal Rot statt Orange Ich muss sagen, ich muss ausgelöscht mit Orange Ups, rennen wollte ich nicht Ich wollte nur Rocken Also Kleppik hat sich vorhin den Oh, okay Das ist Broken Äh Was sind die 5er Ach du Scheiße, nehmen wir einfach mal hier Blau 5 und Iron Iron Und Iron 5 So Ja doch Ich finde ihn eigentlich cool Ich habe schon mit Level gescafen Hat sich dann Hat sich dann auch Hat sich dann auch Hat sich dann auch Einen 7 haben wir glaube ich auch Oder sowas So, Iron 8 noch Und dann Iron 9 Und dann Wie gesagt, ich will euch jetzt noch möglichst alles zeigen Ihr könnt mir gerne Äh Lightrooms einsenden Einfach per PN oder Skype Skype ist eigentlich immer in der Beschreibung Und dann Hier haben wir noch diese Cracks Material Und dieses Cracktune Und hier haben wir noch ein Special Material Das würde ich mir auch mal angucken Gucke einfach mal auf beide drauf Wie Sieht finde ich cool aus Ja, das ist Platz 2 Und jetzt kommen wir zur Honorable Mention Und hier sind wir bei Honorable Mention Und das ist Serovati's Freelight Room Ich habe das richtig schon Ja, ich glaube schon Serovati's Freelight Room Ähm Ähm Äh Ja Vielleicht Ich kenne einige Lightroom Schon Weil Serovati ist relativ bekannt Ist wie gesagt aber auch erst eine Woche alt Wie gesagt, er darf Leit Bäh, sorry Der Lightroom, den er mir einschickt Der darf NUR Eine Woche alt sein Mindestens erhöchst Mindestens Seht die ich eigentlich Durch den Kopf So Ja, jetzt seht ihr hier Der sieht eigentlich auch relativ cool aus Ähm So Gehen wir mal aus der Kamera raus Gucken wir uns das mal hier zum Glück lieber an Doch ich finde den Lightroom eigentlich auch ziemlich cool Der hat halt nur diese lieben Intuition und es sind halt alles die gleichen Äh Es ist alles das gleiche 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 Textur, bloß andere Farbe Aber ich finde ihn trotzdem Ich finde Äh Es ist wirklich wert sie hier zu nennen Und ja Komm zur 1 So und auf Platz 1 befindet sich Gleppigs Free Lightroom Version 4 Ihr könnt es wahrscheinlich alle sagen Ähm Ja Gleppig ist dein Vorhinter Hast du nur gemacht weil es dein Weil es ein Freund von dir ist Und nein das habe ich nicht Ich Habe wirklich Es ist nett genommen weil er mir wirklich gefällt Ich habe ihn auch in mehreren Intros benutzt Ähm Ähm Wie zum Beispiel ein Packer Intro Gleppig Intro Er sagt Selbst Und Ja Ups Äh Wo ist den Clubs hier Will ich jetzt mal heiden So Und ich zeige euch das jetzt mal am Text Text 1 So Äh Der Text ist ein bisschen zu weit oben Ist einfach mal hier runter Und Ihr seht schon Das rendert ein wenig lange aber ich finde der ist es wert Komm ich bin sowieso ziemlich nah dran So der rendert jetzt wahrscheinlich ich würde sagen viel zu lange aber ich finde das ist es einfach wert Und Ich meine guckt euch mal an wie geil dieser Leitung aussieht Ich Und Ihr könnt Mit euren Textsetting Seht ihr wahrscheinlich dann auch Äh rennt der wahrscheinlich dann auch schon irgendein andere Materials Äh ja ihr werdet jetzt hier sagen ja der rendert auch wirklich viel zu lange aber es gibt erstmal vier verschiedene HDIs Ähm Ähm Wie viele Mads gibt es Moment Ich krieg's 10 Was ist 10 So Ähm Also Es gibt 100 Über 100 verschiedene Mads Also sehr gut und nett an Alles verschiedene Farben und so Und Texturen Und Ja ich weiß es ist nicht so groß und hier könnt ihr auch Äh Settings ändern hier Ambient Global Seht nicht schon aus und selbst das Anti-Light ist nicht aus Also Ihr seht schon LabCast ist echt Mühe gegeben Wenn der Leitung trotzdem zu lange gerendert Warum haben wir das tot hier Seht ihr die verschiedenen HDIs Können alle umfitteln Drei waren Jetzt Ups Jetzt Gucken wir uns mal vier an Alter Der rendert auch wirklich ein bisschen lange nach Aber wie gesagt es ist halt Doch ein ziemlich geiler Leitung Ja Ihr seht schon Sieht eigentlich ziemlich cool aus Ja Ich glaub ich speed das jetzt einfach mal ein bisschen ab hier So hier haben wir es Und dann gucken wir uns mal die i2 an So und hier haben wir auch die i2 Seht schon der Der rendert eigentlich ziemlich lange aber ich Ich finde der ist es wert und das könnten auch einfach niemand sind Also ich glaube Alle Mets rennen irgendwie unterschiedlich lange Wegen die i2 Oder so Das haben wir die i1 Übrigens ja wenn Wenn das Feld hier leer ist dann ist der Also wie es hier schon steht Dann ist die i2 an Wenn da dieser Haken drin ist dann ist er aus Dann ist die i2 aus Ich finde die rendert irgendwie schneller kann das sein Da komm ich das mir nur so vor Naja auf jeden Fall Ich finde die i3 irgendwie auch am besten Nutzig irgendwie immer Ich sag Leute das war es jetzt auch eigentlich mit dem Video hier Ähm Ja das war halt Die erste Folge wie gesagt Ähm Jetzt noch mal zur Aufklärung Falls ihr es nicht ganz zugehört habt Übers Video Ähm Jeden Dienstag kommt jetzt davon eine Folge Wo ich 3 Lightrooms der Woche Wo ich die halt die 3 besten kostenlosen Lightrooms vorstelle Es sind halt alles 3 Lightrooms Ähm Also die müssen auch kostenlos sein Wenn ihr mir die irgendwie einholen wollt Per PN oder Ja Skype Keine Ahnung ist mehr Egal Wie gesagt Mussten dann halt auch kostenlos sein Wenn ihr das wollt Ähm Ja Ähm Wurde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Leute Wir sinds bei der nächsten Folge wieder Tschau